Hallo und herzlich willkommen zur Wochenbotschaft vom 31. Juli bis zum 6. August. Bevor wir uns jetzt wie immer in die Karten stürzen, machen wir wie immer einmal die Klangschalenreinigung. Das Ganze dauert so zwei bis drei Minuten und es bereitet einmal den Raum hier bei mir, als jetzt auch bei dir vor, auf diese Legung, auf die kommende Woche. Und gleichzeitig klären wir damit die Energien von der alten Woche. Also lasst uns mal starten. Nimm einen tiefen Atemzug in deinen Bauch und spüre, wie sich deine Bauchdecke wölbt. Und neue, frische Energie in deinen Körper fließt. Und beim Ausatmen werden die alten, negativen, niedrigschwingenden oder angestauten Energien gelöst und verlassen dein Energiefeld. Felt. Felt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mondmädchen, oh, Moonschild, na, wobei Moongirl würde man sagen, ne? Also wir haben das Mondmädchen hier, Neuanfänger. Die Zahl 41 könnte für dich eine besondere Rolle spielen. 41 reduziert sich auf die 5 und damit sind wir im Tarot bei dem Hierophanten. Hierophant grundsätzlich hat Stierenergie, aber im Prinzip geht es mit dem Hierophanten darum, an den Glauben an eine höhere Macht, darum vielleicht jetzt wieder Zugang zu haben zu einer spirituellen Praktik, zu spirituellen Lehren. Also es könnte durchaus eine sehr spirituelle Woche sein oder ein spiritueller Neuanfang sein für dich. Es kann sein, dass dieser Neuanfang sich darauf bezieht, dass du jetzt wieder mehr Vertrauen hast in die geistige Welt oder deinen Seelenplan. Der Hierophant kann auch bedeuten, dass du jetzt einen tieferen oder höheren Sinn findest, bezogen auf eine Situation, die in deinem Leben präsent ist. Gleichzeitig steht der Hierophant auch für Ehen bzw. für eine Hochzeit, eine Ehe und dementsprechend könnte auch eine, eine Ehe oder eine Langzeitpartnerschaft hier eine Rolle spielen. Lass uns mal schauen, welches Portal sich öffnet. Dann nehmen wir die Energieaktivierungsportale, Energieportale, Aktivierungskarten. Boah, das ist auf Deutsch auch echt schwer. Das ist auf Englisch auch so schwer. Gute Frage. Von Kyle Gray. Welches Energieportal öffnet sich in dieser Woche hier für uns? Welches Energieportal öffnet sich in dieser Woche für uns? Der, ach guck mal, den haben wir auch letztens schon gehabt, den ich mal wieder nicht aussprechen kann, kann den Orden des Melchisedek, Melchisedek, ich glaube jetzt habe ich es hier so langsam, von Licht umgeben, Lebensaufgabe erkennen und nicht aufgeben. Ja, gerade das Thema nicht aufgeben scheint etwas zu sein, was ja in der letzten Zeit tatsächlich öfter auch vorkommt. Vielleicht gibt es irgendwas, wo du vielleicht kurz davor bist aufzugeben oder du hast irgendwie das Gefühl, auch da ich kriege natürlich mit der Lebensaufgabe erkennen, eine ganz, ganz starke Verbindung zum Hierophanten. Diese Energie von, okay, jetzt sehe ich den höheren Sinn oder tieferen Sinn in einer Situation. Vielleicht erkennst du auch jetzt den Sinn deines Lebens und du sagst, boah, ja, das ist meine Lebensaufgabe. Das ist die Richtung, in die ich gehen möchte. Bezogen, ich habe aber auch das Gefühl, das ist bezogen auf das, wo rein du, oder für all diejenigen, die jetzt ihre Lebensaufgabe erkennen und sagen, das ist das, die Richtung ist es, ich bin mir jetzt sicher. Ja, da heißt es tatsächlich nicht aufgeben, also da sehe ich den Zusammenhang auch ebenfalls sehr. Oh, wow. Ja, ich kriege auch noch eine Zusatzbotschaft, das ist eine Aktivierung, ein Upgrade. Wir kriegen in dieser Woche eine Aktivierung, ein Upgrade. Dann lass uns mal schauen, welche Mondkarte sich uns zeigt, welche Mondkarte aus dem Monology Oracle Kartendeck hat jetzt eine Botschaft für die kommende Woche für uns. Hier möchte ich im Übrigen was sagen. Ich kriege immer wieder Kommentare von Leuten, die sagen, aber es ist ja gar nicht der Vollmond in der Jungfrau jetzt. Und dann muss ich immer einmal kurz sagen, nee, das stimmt, aber diese Karten, wenn ich sage Vollmond oder Neumond im, dann bezieht sich das immer auf die Oracle Karten, die ich nutze, nicht auf das, was tatsächlich gerade in den Sternen ist. Der Vollmond in der Jungfrau, du bist genug. Also Selbstwert, Selbstwert überprüfen, vielleicht ein neuer Selbstwert, eine neue Stabilität in dir, die jetzt erblüht. Hier haben wir zwei Karten, die auch sehr viel Grün zeigen. Grün ist immer die Farbe der Heilung. Also es kann eine sehr heilende Energie uns umgeben. Gerade auch mit dem von Licht umgeben. Energie, Update, Upgrade, Systemupgrade. So, dann lass uns mal schauen. So, ihr könnt mir ja mal sagen, wie eure letzte Woche war. Denn da hat man ja so ein paar heftige Energien. Wobei auch da muss ich natürlich immer sagen, dass wenn wir hier Tageskarten ziehen, natürlich nicht immer die Energien so extrem reinknallen müssen. Das heißt, wenn wir so wie in der letzten Woche die Karte des Todes haben für die Transformation, bedeutet das natürlich immer nicht gleich, oh mein Gott, da ist jetzt die größte Veränderung in meinem Leben. Aber es kann auch eine sehr subtile Energie sein, wo sich etwas in dir wandelt oder verändert. Oder in deinem Leben. Also deswegen möchte ich da auch nochmal sagen, seht die Tageskarten mit ein bisschen Leichtigkeit an. Dass sie sich manifestieren können auf unterschiedliche Arten und Weisen. So, jetzt gehen wir mal rein in die Energien für die kommende Woche. Für all diejenigen, die neu auf dem Kanal sind, ich ziehe sieben Karten, eine Karte pro Woche. Das können Tagesenergien sein. Für manche von euch sind es aber Bausteine der Woche. Das heißt, auch wenn du jetzt nicht resonierst mit Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und so weiter, dann behalte diese Energie einfach mal im Hinterkopf und schau mal, wie sie sich irgendwann in der Woche manifestiert. Wir klären die Karten hervorragend. Wir starten mit der Mäßigkeit. Wir klären jede Karte nochmal mit dem Lennarmor. Da möchte ich auch noch einmal dazu sagen, dass die Hauptenergien immer die, oder so nutze ich es hier, die Hauptenergien sind immer die aus dem Tarot. Das heißt, für Montag, die Hauptenergie, die sich manifestiert, ist die Mäßigkeit. Ausgleich, Heilung, Erholung, etwas ins Gleichgewicht bringen, etwas ins rechte Maß bringen. So, das heißt, das ist die Hauptenergie. Die Karten aus dem Lennarmor geben uns eine kleine Zusatzbotschaft dazu, aber sind zweitrangig zu deuten, sind nicht gleichmäßig zu deuten. Das auch nochmal vorweg hier. So, dann lass uns mal schauen, welche Zusatzbotschaft bekommen wir hier für den Montag. Etwas kommt in die Harmonie, ins Gleichgewicht oder wird jetzt von dir in die Harmonie, ins Gleichgewicht gebracht. Vielleicht kümmerst du dich auch am Montag oder in dieser Woche sehr um das Thema Heilung. Ja, hier geht es darum, dass eine Situation, die dich belastet hat, jetzt ins Gleichgewicht gebracht wird. Entweder von dir, vielleicht spielt sich das auch ganz natürlich aus. Vielleicht sagst du, ey, das ist belastend, das ist ein bisschen sehr in das Extrem geraten. Jetzt muss ich für Ausgleich sorgen. Also in der Essenz, eine Situation, die dich belastet hat, die vielleicht auch eine karmische Lernaufgabe in deinem Leben dastehen kann, Hauptenergie kommt jetzt in die Heilung, in die Harmonie, in den Ausgleich. So, und hier noch mehr Ausgleich. Dienstag oder als Baustein der Woche haben wir die 6 der Münzen und die 6 der Münzen. Ja, das Erste, was mir direkt gesagt wird, ist, deine materiellen Bedürfnisse werden erfüllt. Also, es kann sein, dass du A, hier Hilfe und Unterstützung bekommst in materiellen Angelegenheiten. Jemand könnte dir auf irgendeine Art und Weise helfen, dich unterstützen. Das kann finanziell sein, ja. Aber es kann auch sein, dass dir vielleicht jemand eine helfende Hand reicht und irgendwas gut macht oder wieder weitergibt an dich, was du mal gegeben hast. Also, da gibt es quasi diesen Ausgleich auch von Geben und Nehmen, den wir mit dieser Karte haben. Ja, auch hier absolut, wir sind immer noch in der Ausgleichsenergie. Sehr schöne Energie. Vielleicht überlegst du jetzt auch, in etwas zu investieren. Das kriege ich auch gerade rein, vielleicht speziell am Dienstag. Aber wenn du das tust, dann geht es wirklich darum, jetzt zu schauen, okay, lohnt sich das? Also, im Sinne von, wenn ich jetzt etwas investiere, ob Geld, ob Zeit, ob Arbeit, Energie, was auch immer, lohnt sich das? Kriege ich da so um und bei das raus, was ich, sage ich mal, reingebe? Also, das könnte, da könnte es Dienstag oder generell in der Woche auch noch drum gehen. Ebenfalls mit beiden Karten. Könnte es sein, dass in dieser Woche ganz stark auf dem Tisch ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Was gebe ich wo rein? Lohnt sich das? Zahlt sich das aus? Kriege ich das zurück, was ich reingebe? Oder muss ich gegebenenfalls etwas ins Gleichgewicht hier bringen? Womit hat das zu tun? Ah, hier haben wir den Storch. Hier tatsächlich mit einer Veränderung. Etwas hat sich gefühlt in deinem Leben verändert. Vielleicht hat sich da auch etwas in dir verändert. Spannend, dass gerade ich das Beispiel gegeben habe von der letzten Woche mit der Energie des Todes, weil der Tod, wie gesagt, sein kann, dass sich etwas in dir verändert. Du wandelst dich. Vielleicht hast du eine neue Denkweise oder eine neue Herangehensweise zu einer bestimmten Situation. Und bezogen darauf, dass sich jetzt hier etwas verändert oder verändert hat, geht es jetzt darum, in ein Gleichgewicht zu kommen. Und gerade auch mit beiden Karten, die wir hier haben. Ebenfalls könnte es sein, dass du jetzt schaust, hey, für all diejenigen, wo es hier eher um das Beruf-Business geht, könnte es sein, dass du jetzt sagst, okay, welche Arbeit leiste ich denn? Was gebe ich denn raus an Energie und bekomme ich da den Energieausgleich, den ich benötige, den ich wert bin? Auch das könnte darunter fallen. Schauen wir einmal weiter. Und da ist er auch schon, der Narr. Ja, und der Narr sagt dann entweder am Mittwoch oder als Gesamtbaustein der Woche, es geht ein neues Kapitel los, vielleicht ganz groß in deinem Leben oder in einer bestimmten Situation. Auf gewisse Art und Weise zeigt sich eine neue Energie in dieser Woche. Und Neuanfänge wundert mich nicht, dass wir den Narren hier haben, weil wir hier schon das Thema Neuanfänge mit dem Mondmädchen haben. Was ich auch reinbekomme, ist tatsächlich, dass du in dieser Woche wieder ein bisschen mehr Zugang zu deiner Intuition findest. Dass du auf deine Intuition hörst. Und dass das für dich, dass diese neue Energie ist, dieses, okay, ich vertraue jetzt meiner Intuition und ich habe wieder mehr Zugang zu meiner Intuition. Na, Moment, das war nichts. Das war normal. Okay. Dann der Narre. Also etwas Neues, eine Neuanfangsenergie, eine neue Energie grundsätzlich in deinem Leben. Unbekümmertheit. Ich kriege auch rein, hier geht es um, ich raste aus, Unbekümmertheit. Wir haben den Mond hier aus dem Lennermond. Gehen wir gleich in verschiedene Aspekte rein. Aber genau, die Energie, die gerade beim Mischen noch durchkam, ist, dass wir hier eine Unbeschwertheit haben. Und das könnte natürlich auch diese neue Energie sein. Das könnte diese Veränderung sein. Dass etwas in dir ins Gleichgewicht kommt, in die Harmonie und du wieder leichter bist, wieder ein bisschen positiver, ein bisschen offener, ein bisschen optimistischer bist. Der Mond kann natürlich für Emotionen stehen. Vielleicht werden also deine Emotionen leichter oder ist es ein emotionaler Neuanfang. Der Mond kann auch für dein Unterbewusstsein stehen und für die Dinge, die vielleicht auch psychisch gesehen, sage ich mal, bei dir gerade eine Rolle spielen, für deine, also Ding Dong, für deine Psyche und für dein Unterbewusstsein. Und da könnte es auch wieder ein bisschen mehr, vielleicht nicht Leichtigkeit im Unterbewusstsein gehen, aber was deine Psyche angeht, für all diejenigen, die es da ein bisschen schwer hatten in letzter Zeit, wäre das auch eine Deutung. Der Mond kann natürlich bedeuten, dass hier neue Emotionen sind oder neue Gefühle oder gehen wir mal in den anderen Aspekt, denn beim Lenormand bedeutet der Mond auch gesehen zu werden. Und hier könnte es jetzt eine neue Energie geben, wo du vielleicht entschließt, rauszugehen in die Welt, um gesehen zu werden. Auch vielleicht im weitesten Sinne das Thema Anerkennung, Wertschätzung gesehen werden, könnte darunter auch fallen. Und dass es da auf gewisse Art und Weise jetzt einen Neuanfang gibt, was auch spannend ist, weil hier haben wir ja die Energie, du bist gut genug. Auch hier, pass auf, dass das Geben und Nehmen im Gleichgewicht ist. Vielleicht ein Neuanfang, weil du jetzt merkst, dass du gut genug bist. Dann haben wir die Acht der Kelche. Acht der Kelche, wir sind jetzt übrigens Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Donnerstag die Acht der Kelche ist. Es kann im Prinzip ein Tag sein, wo du vielleicht ein bisschen dich emotional distanziert fühlst. Auch da, das ist das, was immer mega spannend ist. Wir haben das gerade sehr tatsächlich in der Tarot-Ausbildung, die ja gerade läuft, dass wir darüber gerade viel reden, wie die Tageskarten sich manifestieren, wenn man damit quasi als Tageskarte arbeitet. Und wie spannend es ist, die verschiedenen Aspekte zu sehen und wirklich offen zu sein dafür, wie sich eben die Karten manifestieren. Und hier haben wir mit den Acht der Kelchen die Karte, die zum einen sagen kann, hey, vielleicht fühlst du dich einfach ein bisschen emotional distanziert. Die andere Seite könnte sein, dass du hier beschließt, etwas hinter dir zu lassen, was dich vielleicht nicht mehr so mega glücklich macht oder erfüllt. Etwas, wo du sagst, ja, das war eigentlich mal das, wo ich dachte, das ist so mein Ding und jetzt muss ich da aber das loslassen. In der Essenz geht es hier um eine Entwicklung in deinen Emotionen, also beziehungsweise in deinem Gefühlsleben oder was deine, ach, na, Moment, das ist noch nicht richtig ausgedrückt. Es gibt eine, es findet eine Entwicklung statt auf emotionaler Ebene. Und das kann sein, dass du gegebenenfalls jetzt auch wirklich reifst, dich ein bisschen weiterentwickelst und merkst, okay, ich kann das jetzt loslassen. Auf der anderen Seite ist es ganz spannend, weil man sagt immer, okay, es geht davon, weiterzugehen. Es geht darum, weiterzugehen, etwas loszulassen. Aber mit dieser Karte geht es auch um die Suche. Das heißt, du machst dich hier, vielleicht ist das der Aspekt, der durchkommt, auf die Suche nach deinem Glück. Auf die Suche nach deiner Erfüllung. So, Moment, verkehrte Römerkarten. Okay. Lass uns mal schauen. Moment. So, dann lass uns mal schauen. Womit hat das zu tun? Womit hat das zu tun? Eine Zusatzenergie, bitte. Gingen wir mehr Informationen über die Acht der Kirche? Ja, da, da, da. Und Doppel-Acht hier. Ich gucke nochmal gerade, haben wir noch? Ja, nee, nee, nee. Hier haben wir aber die Doppel-Acht jetzt. Also die Acht und Achtzig oder die Acht, Acht, Acht könnte jetzt für dich ein Zeichen sein. Normalerweise steht die Acht für Manifestationen. Leute mit der Lebenszahl Acht sind Meister im Manifestieren. Es kann für die Fülle stehen. Es kann natürlich auch für die Unendlichkeit stehen. Aber ich habe das Gefühl, dass die Acht, Acht oder die Acht, Acht, Acht oder auch wenn du viermal die Acht siehst, in dieser Woche ein Zeichen für dich sein wird, dass es an der Zeit ist, etwas loszulassen. Dass es an der Zeit ist, etwas loszulassen, was nicht mehr funktioniert, was im Stillstand ist, was nicht weiter wächst. Vielleicht merkst du, dass etwas nicht mehr für dich persönlich funktioniert. Du sagst, hey, ich habe mich weiterentwickelt, ich habe mich verändert. Das funktioniert so nicht mehr. Und dass du deswegen sagst, okay, das mache ich nicht mehr, da sage ich nicht mehr Ja zu oder da engagiere ich mich nicht mehr drin. Also sehr spannende Energie hier. Und die Acht und Achtzig erst mal die Zahl, wie gesagt, der Manifestation, dass sich Dinge jetzt schneller manifestieren oder dass sich dieser Fortgang und damit diese Suche nach etwas Neuem schneller manifestiert. Für den einen oder anderen könnte das auch eine Reise oder ein Umzug sein. Oder... Moment. Oder genau, dass es grundsätzlich jetzt an der Zeit ist, hier etwas hinter sich zu lassen. Begib dich auf die Suche. Dann haben wir die Zweidermünzen. Die Zweidermünzen am Freitag könnte sein, dass du so ein bisschen deine Aufgaben jonglierst, dass du vielleicht viel zu tun hast, ein bisschen überfordert bist, weil hier was machen, da was machen, darum kümmern, darum kümmern. Das könnte eine Karte sein. Die Karte von Multitasking. Wenn der Freitag nicht Multitasking-mäßig für dich wird, dann kann es aber sein, dass es hier eine Entscheidung gibt. Oh, im Übrigen, ich vergesse es immer wieder zu sagen, ich meine, ihr wisst es eigentlich, weil ich es am Anfang schon ankündige. Aber ich falle dann immer wieder rein, dass ich sage, oh ja, Freitag, Samstag, Sonntag. Entweder ist es eine Energie für Freitag oder eine Energie, die sich in der Woche generell zeigt. So, habe ich es jetzt nochmal gesagt. Die Zweidermünzen kann also ein bisschen ein Auf und Ab aus sein. Ein Auf und Ab im Sinne von eine Entscheidung treffen und nicht genau wissen, die Seiten abwägen und sagen, okay, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wie treffe ich jetzt eine Entscheidung? Alternativ dazu auch, das ist vielleicht einfach so ein bisschen ein, wobei, auch wenn wir hier diese Energie haben, dass hier etwas losgelassen wird, so habe ich aber das Gefühl, dass es ein sehr natürlicher Prozess ist. Es fühlt sich jetzt nicht an wie, oh mein Gott, muss ich jetzt was loslassen, sondern das ist so, nee, ich habe das Gefühl, du bist bereit zu gehen. Es fühlt sich jetzt richtig an, die Zeit ist reif, etwas jetzt wirklich hinter dir zu lassen und dich dadurch in dein Glück, in deine Wunscherfüllung rein zu bewegen. Es könnte natürlich sein, dass sich die 2 der Münzen darauf bezieht, mache ich, mache ich nicht, mache ich, mache ich nicht. Oder, Moment, ja, ich glaube, ich glaube, das war es, Ende der Durchsage. Schauen wir mal. Also, entweder das Thema Entscheidungen oder Auf und Ab oder auch ein bisschen jonglieren mit Aufgaben, mit Dingen organisieren. Kann sein, dass du ein bisschen viel zu tun hast. so, 2 der Münzen, einmal bitte klären. Und da haben wir natürlich auch wieder die liegende 8, hier, die 2 der Münzen. Und was haben wir hier? Die 15. Die 15 kann grundsätzlich zu tun haben mit deiner Kraft, mit deiner Stärke oder du in einer Führungsposition, den Einfluss, den du vielleicht auf eine Situation hast. Vielleicht hast du sehr große Verantwortung oder einen sehr großen Einfluss auf eine Sache, Situation, Lebensbereich, Beziehung und da bringt dich hier gefühlt etwas so ein bisschen ins Schwanken. Auch vielleicht bist du ein Trainer, ein Chef, ein Coach und jonglierst die Aufgaben. Vielleicht gibt es hier einen Trainer, einen Chef, einen Coach und du bist mit irgendwas am Schwanken oder musst hier eine Entscheidung treffen. Also hier geht es gefühlt um einen gewissen Einfluss in deinem Leben. Entweder hast du einen Einfluss oder vielleicht auch eine Person, die diesen Einfluss hat. Gleichzeitig oder beziehungsweise alternativ dazu kann der Bär für deine Kraft stehen, für deine Stärke stehen. Und so kann es sein, dass es hier vielleicht irgendwas gibt, wo du vorübergehend ein bisschen deine Kraft, wie sagt man, du fühlst dich vielleicht vorübergehend nicht so ganz kraftvoll und ein bisschen instabil und musst dann eine Entscheidung treffen, in welche Richtung es jetzt weitergeht, damit sich mehr Stabilität und Sicherheit wieder manifestiert. Vielleicht in dir und körperlich oder in einer Situation in deinem Leben. Dann haben wir den Eremiten. Ja, mit dem Eremiten ist es spannend, weil wir zweimal jetzt suchende Karten haben. Du könntest sagen, dass der Narr im Prinzip auch eine suchende Karte ist, weil der geht raus in die Welt und ist quasi auf der Suche nach Abenteuer und nach neuen Erfahrungen. Hier ist man auf der Suche nach Glück. Hier ist man auf der Suche nach sich selbst, nach Selbsterkenntnis. Und da könnte das natürlich alles zusammenhängen, dass du sagst, okay, ich treffe jetzt eine Entscheidung, mich vielleicht zurückzuziehen, wo auch beide Karten natürlich hier sehr stark mit einspielen. Also ich lasse was hinter mir, ich distanziere mich emotional, ich ziehe mich zurück. Dementsprechend auch hier vielleicht am Samstag oder als Baustein dieser Woche so ein bisschen diese Energie von nach innen schauen. Schauen, wo bin ich, wo will ich hin, was habe ich bis hierhin aufgebaut, bin ich noch glücklich mit der Situation oder generell in meinem Leben, was muss ich verändern, was muss ich tun, in welche Richtung möchte ich mich jetzt weiterentwickeln, um mich völlig zu entfalten. Das können alles Thematiken sein, die man sich mit dem Eremiten fragt. Vielleicht hast du auch einfach das Gefühl, wir hatten das vorhin schon mal, hey, das fühlt sich nicht mehr stimmig für mich an. So, und dass du deswegen halt sagst, okay, ich habe jetzt die Erkenntnis, dass sich was für mich nicht stimmig anfühlt. Vielleicht darüber, dass du dich vorübergehend mal ein bisschen zurücknimmst oder zurückziehst, ein bisschen auf Beobachterposition gehst. Auch kann es sein, dass du, für manche kriege ich rein, gehen auf einen Retreat, also im wahrsten Sinne des Wortes, ihr zieht euch zurück, macht einen Retreat, um wieder ein bisschen mehr in Verbindung mit euch oder mit spirituellen, genau, Praktiken zu kommen. Hatten wir vorhin schon hier. Wenn ihr nicht in dieser Woche auf dieses Retreat geht, könnte es natürlich sein, dass ihr einfach darüber nachdenkt und sagt, oh, ich muss jetzt mal was machen, was mich wieder ein bisschen mehr mit mir selber verbindet. Moment, nee. Wenn die Karte gleich wieder rauskommt. Ich nehme hier heute tatsächlich, das fühlt sich nicht richtig an. So, ich hätte gerne eine Zusatzkarte. Worum geht es hier mit dem Eremiten? Ich habe das Gefühl, dich beschäftigen einige Dinge. Na, was haben wir jetzt? Ah, das Haus wieder. Na gut, dann sollte es so sein. Aber das ist, ja gut, das ist die Art und Weise, wie ich es dann gerne habe, weil manchmal fallen die Karten raus, wenn ich dann nicht so ganz konzentriert bin, weil ich natürlich dann in dem Moment ein bisschen weiterrede und dementsprechend wollte ich gerne die Karten nochmal mischen, aber wir haben das Haus erneut. Also, Rückzug. Naja, die Sache ist die mit dem Haus. Das Haus ist ja auch ein Rückzugsort. Das Haus ist ein Schutzort. Das heißt, es kann grundsätzlich natürlich sein, dass du dich wirklich echt, vielleicht gerade auch am Wochenende, so ein bisschen zurückziehst, Zeit mit dir alleine zu Hause verbringst. So schlicht und einfach könnte man das Ganze deuten. Vielleicht ziehst du dich aber auch zurück von Menschen, die dir eigentlich nahestehen, von Menschen, die sich wie Familie anfühlen oder vielleicht auch deine Familie sind. Denn das Haus natürlich steht auch für familiäre Situationen. Alternativ dazu kann es sein, dass du dir über irgendwas Gedanken machst bezüglich deines Wohnortes, bezüglich deines Zuhauses. Das sind ebenfalls Energien, die ich reinbekomme. Und was gerade noch beim Mischen kam, ist tatsächlich, ich hatte das gerade schon angesprochen, wirklich diese Energie, dass du auf der Suche nach einer Antwort bist. Es gibt irgendwas, das beschäftigt dich sehr, hat zu tun mit dem Thema Familie, Zuhause, Seelenfamilie, irgendwas, was dir sehr nahe geht, etwas, womit du dich vielleicht sehr zu Hause fühlst oder gefühlt hast. Definitiv würde ich sagen, mit dem Haus in der Regel eher etwas Privates und doppelte Rückzugsenergie hier, doppelte Zeit mit dir alleine verbringen, um Antworten zu finden. Und dann haben wir den Ritter der Münzen und damit können wir jetzt schon ganz schön sehen, dass materielle Sachen, ob das jetzt dein Körper ist, dein Zuhause, familiäre Angelegenheiten, Beruf oder Finanzen, das ist quasi das Thema, was wir hier haben mit den Münzen vorwiegend. Dementsprechend, das sind all die Dinge, für die wir arbeiten. Das heißt, in dieser Woche geht es nochmal gefühlt sehr stark darum, und wir hatten das schon mal in anderen Karten jetzt gerade, wo will ich Energie reinstecken, wofür arbeite ich, was lohnt sich wirklich, ist es im Ausgleich. Irgendwas könnte ein bisschen stressig sein, dir ein bisschen zu viel zu sein, weil wir hier diese Multitasking-Karte haben. Vielleicht fällt dir das Multitasking auch leicht und du hast die Kraft und Stärke, das in dieser Woche zu machen. Aber schau dir folgendes an. Ausgleich, Ausgleich, Ausgleich. Alle Karten stehen für Balance auf gewisse Art und Weise. Dann haben wir Suche, Suche, Suche. Dann haben wir die drei Karten hier, die sagen, okay, woran steckst du jetzt deine Arbeit? Was lohnt sich jetzt wirklich? Und dann haben wir hier nochmal die Energie von Rückzug beziehungsweise etwas hinter sich lassen, sich von etwas ein bisschen abgrenzen. Am Sonntag oder als Baustein der Woche haben wir dann den Ritter der Münzen. Da geht es absolut darum, wo du natürlich jetzt deine Arbeit reinsteckst. Die Sache ist die, mit dem Ritter der Münzen, der hat durchgekürt, was soll man zur Säule stecken, packen. Der Ritter der Münzen kann eine sehr langsame Energie sein. Dinge können sich vielleicht in dieser Woche ja recht langsam entwickeln. Vielleicht kommst du langsam zur Erkenntnis. Vielleicht ein Projekt, eine Situation entwickelt sich einfach nur langsam. Vielleicht musst du mehr Zeit und Energie in eine Sache stecken. Denn der Ritter der Münzen ist jemand, der plant etwas extrem gut durch. Und es kann manchmal sein, dass der Ritter der Münzen nicht in die Pötte kommt. Und dementsprechend an sich könnte es jetzt wichtig sein, dass du etwas gut überprüfst, das Kleingedruckte liest oder dir wirklich einen Plan machst und sagst, okay, alles klar, jetzt alles ganz ordentlich angehen. Wie machen wir das? Plan A, B, C, D, okay, so und so läuft es jetzt. Das heißt, der Ritter der Münzen ist in dem Sinne sehr traditionell in seiner Herangehensweise, wie er Situationen angeht. Und das könnte hier, wie gesagt, für dich jetzt eine Rolle spielen, dass du vielleicht in diese Energie des Ritters kommst. Auch das Thema Absichern spielt hier oder kann eine große Rolle spielen, sich jetzt abzusichern. ob das finanziell ist oder ob das etwas ist, wo du dich körperlich sicherer fühlst. Wir haben das Thema im Prinzip hier auch so ein bisschen schon mal gehabt, sich wieder sicher fühlen. Ähm, so, auch kann es natürlich sein, dass wir hier einen loyalen Freund haben, der dir hilft, dich unterstützt. Auch das wäre möglich. Ebenfalls das Ritter der Münzen-Energie. Ähm, worum geht es mit dem Ritter der Münzen? Kommunikation. Ja, vielleicht kommunizierst du hier, ähm, mit einem Ritter der Münzen, jemand, der sehr treu, sehr loyal, sehr verlässlich ist. Vielleicht bist du diese Person und musst aber etwas kommunizieren in einer Situation, wo du treu, verlässlich, äh, loyal bist und verantwortungsbewusst bist. Ähm, es kann sein, dass hier vielleicht auch ein Vertrag liegt, ein Vertrag, der was zu tun hat mit deiner Arbeit oder eine Kommunikation, die auf irgendeine Art und Weise damit zu tun hat, wo du jetzt, ähm, woran du arbeitest oder woran du arbeiten möchtest. Dementsprechend, der Brief könnte etwas sein, was du initiierst. Vielleicht gehst du jetzt in die Kommunikation mit, hey, das ist der Plan, in diese Richtung möchte ich gehen und so und so gehe ich das Ganze jetzt an. Wenn du das bist, ähm, denke auch mit dem Ritter der Münzen dran, es ist gut, sich abzusichern und auf Nummer sicher gehen zu wollen und manchmal sind, traditionelle Herangehensweisen genau das, was wir brauchen. Achte nur darauf, eine hundertprozentige Sicherheit hat man immer nie und dementsprechend möchte man manchmal den Ritter so ein bisschen anstupsen und sagen, jetzt komm aber auch, jetzt mach auch, so, jetzt geh, du bist jetzt bereit. und das auch noch mal als kleine Energie hier. Es kann natürlich sein, dass eine Nachricht reinkommt oder ein Brief reinkommt oder ein Vertrag reinkommt, hier, arbeitsmäßig, oder jemand kommt auf dich zu und redet vielleicht darüber, hey, wie arbeiten wir jetzt weiter oder wie geht es jetzt weiter. In der Essenz, Ritter der Münzen ist Arbeit, an etwas arbeiten und wirklich Einsatz zeigen dafür, damit man quasi sein Ziel dann auch absolut erreicht. Sodele, was auch noch spannend ist, da wollen wir auch noch einmal darauf eingehen, dass wir natürlich große Arcana-Karten hier haben. Da haben wir die Mäßigkeit den Narren und den Eremiten. Das bedeutet, Serge, ich liebe diese Karten, weil wir hier natürlich einmal diese Mäßigkeit, diese Heilung, die, es ist friedlich, es ist im Gleichgewicht, im Ausgleich. Dann haben wir mit dem Narren ein bisschen aktive Energie. Das könnte sprich, schlichtweg sein, dass eine neue Energie auf irgendeine Art und Weise in dieser Woche in dein Leben kommt. Vielleicht für manche von euch aber wirklich auch ein großer Neuanfang. Und dann mit dem Eremiten geht es darum zu schauen, nach innen zu schauen und zu gucken, okay, die Antworten, die du suchst, die findest du in dir. Und manchmal musst du dich zurückziehen von dem Chaos, ob du dadurch in die Meditation gehst oder ob du einfach in die Natur gehst, was auch immer du brauchst, um mal den Lärm von außen abzuschalten und nicht quasi in diesem Lärm zu sein. Tu das, weil die Antworten, die du suchst, sind bereits in dir. Und die hörst du, wenn du mit dir alleine bist, in der Natur, in der Meditation. Sehr schöne Karten tatsächlich. Ihr Lieben, damit sind wir wieder durch. Ich freue mich mega, euch zu sehen am Mittwochabend. Denn für alle, die hier neu auf dem Kanal sind, wir gehen jeden Sonntagabend, jeden Mittwochabend live. Das bedeutet nicht, dass das Video live ist. Also dieses Video ist aufgezeichnet und hat Premiere am Sonntagabend um 20 Uhr deutscher Zeit. Und was live ist, ist der Chat. Denn YouTube hat diese wundervolle Funktion, dass wir, wenn wir zusammen quasi uns das erste Mal die Premiere anschauen, wir zusammen im Chat schreiben können. und da hat sich mittlerweile eine sehr große und wundervolle Community gebildet und die findet sich immer zusammen jeden Sonntagabend und jeden Mittwochabend, Mittwoch ebenfalls um 20 Uhr für das Mittwochsupdate. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein gutes Reinkommen und wir sehen uns wieder am Mittwochabend. Mua!